Jo Leute, was geht bei euch und willkommen zum Star Wars Flash. Heute schauen wir uns mal die eine Fähigkeit bzw. Lektion an, die Sidious es überhaupt ermöglichte, so an die Spitze zu kommen, wie er es tat. Ohne diese Fähigkeit wäre das alles nämlich nicht so möglich gewesen. Viele wissen, dass Sidious diese Fähigkeit hat, doch wie wurde er zu so einem Meister davon, so dass es ihm möglich war, diese Machtergreifung zu vollführen. Palpatine war gewiss ein sehr intelligenter und gerissener Bursche und ebenso stark in der Macht. Doch all sein Machtpotential und seine analytische Art wären nicht genug, wenn er nicht richtig von Plagueis in einer Sache unterwiesen worden wäre. Sowohl Darth Plagueis als auch sein Meister hatten ein alter Ego. Sein Meister Darth Tenebrous war in der Öffentlichkeit bekannt als Ruggis Gnome, ein Raumschiffentwickler. Darth Plagueis hieß wiederum Hego Damask. Unter diesem Namen war er als Leiter von Damask Holdings, einer Investitionsfirma der Moons of Mooney Linst bekannt. Unter diesen Identitäten haben sie ihre Stärke in der dunklen Seite versteckt und genau das musste Sidious auch tun. Er hatte mit Darth Plagueis bereits einen Meister bekommen, der sich damit auskannte und es geradezu genoss, diese Fähigkeit anzuwenden und mit Jedi Kontakt zu haben, ohne dass sie irgendwas von seiner dunklen Natur merkten. Sidious musste das auch nennen, denn es war der Schlüssel für die Sith und ihren großen Plan. Als er also zum Senator von Naboo wurde, beauftragte ihn Darth Plagueis in Coruscant, wo er von nun an tätig war, Jedi aufzusuchen und seine Fähigkeiten zu testen. Der erste Jedi, mit dem er direkt interagierte, war Ron Ha Kim. Und auch wenn Palpatine dort noch nicht so souverän war, wie dann halt vor allem später als Kanzler, hat er es geschafft und keiner hat so wirklich Verdacht geschöpft. Allerdings muss man auch sagen, dass er eben nicht direkt mit Yoda zum Beispiel konfrontiert war, dann hätte dieser womöglich Verdacht geschöpft. Sicher weiß man das aber nicht. Palpatine machte es sich dann zur Aufgabe, sich weitere Jedi zu suchen, um seine Skills beim Tarnen zu trainieren und auszubilden. Man nennt diese Fähigkeit auch Kui-Tek-Meditation und diese Fähigkeit lernte Palpatine über Jahrzehnte unter der Anweisung vom erfahrenen Darth Plagueis. Außerdem lernte er die Politikerrolle zu perfektionieren mit sehr viel Wissen, das halt nichts mit der Macht zu tun hatte, so dass man bei Interaktionen sehen konnte, dass Palpatine zwar ein schlauer Politiker war und so weiter, doch eben nicht machtsensitiv oder ein Experte, was die Macht betrifft. Doch Palpatine wurde nicht nur durch Plagueis ein Meister, in Sachen Tarnung, sondern auch durch ein naturales Talent, das er hatte. Denn als Plagueis Palpatine das erste Mal traf, war dieser 17 und dort hat er ihn bereits in der Macht studiert, zumindest hat er dieses versucht, doch zunächst hat das überhaupt nicht funktioniert. Und Plagueis dachte sich zunächst, dass es eher an Konflikten innerhalb von Palpatine lag und es hieß im Buch auch sowas wie, Menschen können halt generell schwerer zu lesen sein als andere Spezies. Doch nachdem er Palpatine näher kennengelernt hat und so weiter und schon wieder daran scheiterte, Palpatine in der Macht zu ergründen, kam er zum Entschluss, dass Palpatine wohl gelernt hat, seine Machtsignatur vor anderen zu verstecken. Der entscheidende Zeitpunkt war dann aber, als Palpatine seine Familie ermordet hat und er das Plagueis alles Detaillierter berichtete. Denn dann hat Plagueis für sich auch festgestellt, dass Palpatine machtsensitiv ist und hat auch zum ersten Mal was von dieser Macht gespürt, die nun auch durch diese inneren Mauern durchgebrochen war. Und so spürte er Wut und Hass in Palpatine und war geradezu erstaunt, denn Palpatine war quasi perfekt geeignet, um als Sith ausgebildet zu werden. Er hatte diese Fähigkeit, seine Machtsignatur vor sogar einem Sith-Lord wie Darth Plagueis zu verstecken und als er dann stärker und stärker mit dem Beginn der Sith-Ausbildung wurde, musste er nun wieder diese inneren Mauern etablieren und das unter der Anleitung von seinem Meister Darth Plagueis. Diese eine Fähigkeit war der Schlüssel, um den großen Plan der Sith zur Herrschaft über die Galaxis zu vollführen. Doch was Palpatine ebenso geholfen hat, als er als Senator nach Coruscant kam, war zum einen, dass Coruscant einfach eine riesige, urbane Metropole war. Also da war kaum was Natürliches und so war dieser Planet auch nicht so stark in der hellen Seite. Außerdem war der Jedi-Tempel über einem Sith-Schrein errichtet worden und diese dunkle Macht unter dem Tempel erwies sich ebenfalls als schädlich für die Jedi. Doch das habe ich genauer in diesem Video hier besprochen. Also wenn ihr wissen wollt, was es damit auf sich hat, dann checkt das Video hier im Abspann ab. Wenn es da nicht mehr ist, dann im angepinnten Kommentar. Ansonsten ballert ruhig mal die Abo-Glocke, denn hier gibt es alles, was das Star Wars Fanherz höher schlagen lässt. Insofern bumst die Abo-Glocke, haut ordentlich rein und hoffentlich bis zur nächsten Folge im Star Wars Flash.